So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei der letzten Mordentbett Wobbens Staffel 3, Folge Nummer 255. Willkommen beim großen Finale, das gar nicht so groß ist und das hier ist auch gar kein Finale, weil ich einfach komplett reingeschissen habe. Genau, meine Freunde, das, was ihr im Hintergrund seht, ist einfach nur ein Video. So, ja, ohne Stimme, weil ich habe es geschafft, wie ihr seht, 43 Minuten aufzunehmen und zwar komplett commuted. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach so ein richtig schönes langes Finale und ja, ist wohl nichts draus geworden. Kurzen Applaus an mich selber. Ja, meine Freunde, tu mir halt. Es ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das gemacht habe, deswegen nehme ich das jetzt eigentlich ganz locker. Also eigentlich war ich dick abgefuckt, aber gut. Ich kann verstehen, wenn ihr ein bisschen abgefuckt seid, meine Freunde, falls ihr gerne irgendwie ein dickes Finale sehen wolltet. Ich meine, ich wollte es euch geben, aber ja, die Inkompetenz ist wieder mal mit mir. Ich meine, ja gut. Ihr habt 254 Folgen gehabt, die richtig schön waren und dann genau beim Finale verkack ich es, aber hey. Gut. Ich meine, es ist ja sowieso klar, was hier passiert, ne. Ich meine, falls ihr das sowieso noch sehen wollt, ne. Falls ihr euch das hier mal angucken wollt, ohne Ton halt, ne. Also, Musik ist ja da, so, ne. Der Sound aber halt. Ich laber ja nicht, ne. Falls ihr das sehen wollt, ich hab euch einen Link in die Beschreibung gepackt, da könnt ihr mal durchskippen, keine Ahnung. Euch das angucken. Hm, ihr seht's ja auch hier. Alles schön rot. Easy. So, genau. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich wollte euch nur sagen, ne. In der Beschreibung, erster Link könnt ihr gucken. Den Link dazu, ne. Der ist da. Ihr könnt mich ruhig halten, kein Problem. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht es nämlich darum, dass natürlich, wie die meisten auch schon wissen, eine Staffel 4 geplant ist. Genau, meine Freunde. Und dazu brauche ich euch, ja. Weil ihr könnt jetzt entscheiden, was wir machen. Na, die Staffel 4 wird dann eigentlich sowas wie... Ähm... Dingens? Was war das für ein Geräusch, oder? Egal. Egal. Vergessen wir es. Ähm, die Staffel 4 wird so ein Übergang zu Mount & Blade Battlelord, was hoffentlich irgendwann dieses Jahr kommen wird. Ich denke mal, da warten wir alle drauf, ja. Und ja. Das heißt, ihr könnt mir jetzt Mods vorschlagen, die ich spielen soll, ja. Aber... Was ich jetzt schon mal direkt sagen werde, so Mods wie, keine Ahnung, so... Schusswaffen feiere ich gar nicht. Ich stehe schon noch auf Pfeil und Bogen und Schwert. Das... Das sollten wir beibehalten. Und ähm... Ja, ich... Würde auch... Was ich gerne machen würde, weil das hier habe ich, ähm... In... Übelst easy gespielt, ja. Was ich mal gerne machen würde, ich würde gerne alles auf schwer stellen. Und dann machen wir sozusagen... So eine Hardcore-Staffel. Wo halt alles auf extrem schwer ist. Und ja. Ansonsten, ihr könnt halt entweder Hardcore in die Kommentare schreiben oder irgendeine Staffel halt. Äh, irgendeine Staffel, ne. Irgendeine Mod, die ihr gerne sehen würdet. Und dann, ja. Wir müssen mal schauen, was mir am besten gefällt und was am meisten gewählt wurde. Und dann... Joa, warten wir einfach, bis... Wer Enderlot rauskommt. Genau. Das... Das war es auch eigentlich schon, ja. Ähm... Das wird auch ein bisschen dauern, bis die vierte Staffel kommt. Ich meine... Ihr seht ja, ich habe jetzt auch länger nichts mehr hochgeladen. Einfach mal eine kleine Pause. Ich weiß nicht. Ich kann mich gerade für YouTube nicht so hypen, aber... Das kommt ja bald wahrscheinlich wieder. Also... Innerhalb... Also... Nach zwei Wochen... Genau, ein bisschen krank. Äh, nach zwei Wochen würde ich mal sagen... Kommt dann... Staffel 4 ungefähr. Weil ich will... Ich will das... Ich will auch nicht Staffel 4 anfangen, obwohl ich da jetzt nicht so groß Lust drauf habe. Ich meine... Könnt ihr, denke ich, mal verstehen. Ich will das schon richtig durchstarten. Ich will auch richtig Bock drauf haben. Deswegen... Genau. Wie schon gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich gucke da mal, was wir nehmen. Und ja. Meine Freunde. Da seht ihr nochmal die ganze Map. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns in ein paar Wochen zu Staffel 4, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau, das habe ich gar nicht... Ich habe mich übelst lang bedankt in diesem Video. Im Finale. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich sage einfach nur dickes Dank an alle, die da waren, die immer noch da sind. Und immer wieder... Liken, kommentieren und... Und die Videos hier überhaupt angucken. Ich hoffe, ihr seid auch vierte Staffel dabei. Besonders dann bei... Bannerlord, wenn es dann endlich mal rauskommt. Und ja, wie schon gesagt. Wir sehen uns dann mal in Staffel 4. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Wir sehen uns. Ciao.